Ja, Freunde, ey, nach langer Zeit wieder ein YouTube-Video, wo befinden wir uns, ne? In einem Lieferauto. Was passt für ein Lieferauto? Natürlich ein Dönerladen. Ein Dönerladen ohne Semi und dort ist ein Dönerladen. Bella Pizza Italia, ich muss arbeiten hier. Jungs, warum meckern die? Warum meckern so viel? Mein Laden läuft nicht, kommt essen. Hey, Jungs, was geht ab? Ey, Jungs, guck mal, heute bin ich der Chef. Das ist mein Assistent. Also wenn der Scheiße baut, fliegt der raus. Kannst du mir den Döner machen? Komm, ich mach dir den Döner, komm rein. Let's go. Chill, chill, chill. Wir machen jetzt eine Stunde, halbe Stunde, eine Stunde, Götterladen und so. Rabi! Was macht der da hinten, Junge? Guck mal. So, jetzt machen wir den schützer Margarit. Kack dir rein, kack dir rein. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Ey, Jungs, chillt, chillt. Ich geh jetzt erst mal rein, ihr kommt in zwei Minuten. Ich zeig euch, wie man Döner macht. So, ich weiß... Freunde, wir sind heute... Tschüss, der filmt wie ein Roboter, ne? Einfach halbe Stunde, Götterladen und eine Stunde, guck mal. So, wir sind bei Kebab Spot. Hier gibt's auch übrigens Chili-Cheese, Döner? Duan ist auch da. So, Freunde, erstmal ein Herz für Kebab Spot. Was geht? Da kannst du mir drehen dürfen, ne? Heute... Du weißt gar nicht, was abgeht. Wir nehmen den Lern auseinander, ne? Das ist unser Abi, der ist auch da... Ne, ich werde dich nicht arbeiten lassen. Wir gleich schicken mit ihr. Du darfst heute wirklich chillen. Ich zeig dir das. Also, ihr beide habt Feierabend, ne? Wir machen das schon, ne? Okay, ich will einmal einen Spieß schneiden. Ich weiß auch, wie das geht, wirklich. Das hab ich gelernt vom März damals. Vorm März? Ja, ja. Dürfen wir deinen Döner machen? Wir machen den besten Döner, guck mal. Ich mach den Döner, komm rein. Ja, komm. Ich zahl deinen Döner. Erstmal, guck mal. Ein Herz für die Liebe. Amore mio. Okay, welche Soße? Erst hast du Scharf. Scharf? Okay, scharf. Wiehst du Scharf auf dem Brot? Reicht das? Ich muss den Kunden zufrieden stellen. Reicht oder mehr? Okay, dann macht man das hier drauf und verschmiert das. Was? Was machst du da? Da war doch Soße drauf, Junge! Okay, Soße. Ist das Fleisch drauf? Fleisch? Nee, Kalbfleisch möchte der Herr. Kalbfleisch möchte der Herr? Soll ich das so rein? Nicht so, nicht so mit der Zange. Du hast doch eine Zange an der Hand, Bruder. Ach so. Eins nach dem anderen, ne? Wir sind ja auch hier. Wie hältst du eine Zange? Viel Fleisch, wenig Fleisch? Wie heisst das hier, Chet? Mach mal ein bisschen Fleisch rein. Tzatziki. Oh, Mamazita! Noch mehr oder weniger? Ein bisschen so rot, Junge. Weißt du, wie heisst das da ist an der Box? Das ist mein erster Döner. Made by Jordan. Der sieht doch gut aus. Und der geht aufs Haus. Ey, jetzt ist der Nächste drauf. Wer wills Hörner, du bist Hörner? Okay. Ich will mit Messer schneiden. Ey, aber schneiden kann ich. Ich schwör. Kalb, ne? Hähnchen, ne? Guck mal, hier ist schon fertig. Guck mal, jetzt. Langsam, ne? Leg auf, leg auf, leg auf! Leg auf, leg auf! Der ruft Polizei an, ne? Leg auf, Junge, leg auf! Okay, ey! Wir machen jetzt ein Duell, wer besser einmal schneiden kann. Ich schwöre, ich hab's gelernt vermehrt, ne? Okay, ich halt den Messer so gut. Aber du musst das vernünftig machen. Dann mach mal so. Ja? Ja? Mein Arm brennt doch ab! Das geht doch gar nicht! Warte! Boah! Okay, guck mal jetzt. Bitte dünner schneiden, dünner schneiden, dünner schneiden! Was redest du? Als ob du Arme hast, mein Arm brennt ab! Ich schwöre... Mit einer Hand! Das war mit einer Hand! Mit einer Hand! Ja! Oh! Genau so, Baby! Langsam, langsam, langsam! Langsam, oder? Oh mein Gott, Bruder, was ist? Geh mal her! 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 Was denn? Bruder, was machst du da? Oh fuck! Ey, guck mal, Bruder, ich schwöre, wir zahlen das alles. Hoppisch! Wie viel kostet ein Spieß? Das darf ich nicht sagen. Nein? So, Jungs! Nimm mal einmal ab! Echt? Nimm mal einmal ab! Und jetzt noch, ob das schmeckt oder nicht! Sag ja oder nein! Du lügst dich ab! Gibt dir die Hälfte, ist doch ruhig! Ist gut! Ist lecker? Ey, Brot ist gartig! Oh mein Gott! Okay, was würdest du haben für den Soße? Willst du erstmal nicht Fleisch schneiden? Hä? Spieß, wo wird's auch gehen! Wie denn? Oh, Sammy, ja! Okay, okay, das kann ich! Okay, und dann Fleisch hier rein! Aber nicht mit der Hand! Mit was denn? Mit der Zange! Junge, Alter! Wir müssen doch richtig arbeiten, ja! Bruder, wir machen das doch! Guck mal, guck mal! Oh, Mamacita! Ja! Aber ich muss sagen, top! Wer kann hier arbeiten, ne? Scheiß auf Streams, Bruder! Ja, ehrlich, guck mal hier! Tschüss! Oh, nur die Zange! Nur die Zange, Junge! Bruder, weißt du was? Du willst sagen, der beste Döner aus Deutschland! Du willst nicht gleich, aber egal! Was hast du reingebekommen? Der kriegt... Mein Freund, was war das? Tomaten, Gurken, was machst du? Tomaten, Gurken! Boah, was für'n Döner, Junge, ja! Die Zwiebel auch noch? Ja. Hast du eine Freundin? Ja? Was ist das mit Zwiebel? Wir sind ja das Essen! Oh, ey, aber ja, schmeiß den mal raus, bitte! Hast du eine Soße? Ey, so ist meine Soße? Reicht, reicht hier! Warte, meine Soße! Reicht? Reicht? Guck mal, ich mach dir noch ein bisschen Special drauf! Ja, okay! Boah! Nur für die Optik, weißt du? Bruder Jakob, sei mir ehrlich! Ey, warte mal, Bruder! Wir können keinen Döner, ja? So, das ist nur Salat! So, mitnehmen oder unterwegs lassen? Okay! Zeig mal den hier! Der hat gar keinen Bock auf uns! Ey, Jungs! Habt ihr Geld mit? Die müssen wir teuer! Ja, wie? Ihr wollt Pizza ohne Geld, oder was? Ja! 50 Euro! Bruder, das ist mein Preis! 12,99 Euro, Familienpizza! 6 x 40 cm! 60 x 40 cm! Ja, wo weißt du das? Ja klar! Hier, Jungs! Das kommt gleich für eure Pizza! Nehmt das schon mal an den Tisch! Setzt euch hier nicht mal ein! Das ist so wie bei Pommes! Was wollt ihr drauf haben, Jungs? Was wollt ihr auf Pizza haben? Lass euch überraschen, wir machen das schon! Ey, Pizza kann ich das! Das hab ich vermehrt gelernt! Bring uns drei Stück! Wir machen XXL-Pizza! Wenn wir noch irgendwo anders arbeiten sollen, sagt gerne, schreibt mir in die Kommentare, wo wir arbeiten sollen! Ja! Aber guck mal! Aber guck mal! Ey! Aber bitte bitte! Man macht erst mal so! Lass uns die verbinden aber, ja? Ja! Oder ich mach eine, du machst eine! Wer die bessere Pizza macht? Ja, okay! Wer die bessere Pizza macht? Was machst du da, Junge, ja? Wo sieht das bei dir? Oh! Oh! Warum sieht das bei mir so komisch aus? Wie? Warum sieht das bei mir so komisch aus? Das ist normal, Junge! Und jetzt macht man das so! Guck mal! Boah! Shit! Mamacita, ja! Siehst du? Ja! Locker machen, Bruder! Ich zeig euch einmal! Und dann macht man die rund! Junge, warum ist das bei dir so locker, ja? Und dann fängt man an! Ey, das ist jetzt kein Spaß! Ich hab zwei Jahre in Pizzeria La Stella gearbeitet! Warum bist du so rot? Bruder, wegen dem Spieß, Bruder! Ein Sonnenbrand bekommt von dem Spieß, ja! Guck mal, was er gemacht hat! Guck mal, was er gemacht hat! Was denn, Junge? Wie, was denn? Guck mal, was du wieder gemacht hast! Oh, sorry, Bruder, ja! Ey, das ist schon mal ein Minuspunkt für dich, Junge! Warum wird meine Pizza nicht rund? Ich check das nicht, ja? Ich check's einfach nicht! Warum lachst du, ja? Warum lachst du? Oh mein Gott, was war das? Ich schwöre, das soll ein Clip werden, ja? Hallo! Wir arbeiten heute als Döner-Menschen! Wollen Sie gleich mal die Pizza probieren? Wir machen, wer die bessere Pizza macht! YouTube, TikTok, Twitch, RTL... Ich mach mit Käse ran! Ich mach mit Käse ran! Bruder, der macht mir alles nach! Ich kann's nicht glauben, ja? Ich versteh eine Sache nicht, warum ich keine runde Pizza hier hinkriege, ja? Bruder, Jakob! Wie sieht das denn aus, Junge? Wie in Italien, Junge! Sei ehrlich, Kameramann? Bruder! Check sie ganz tötig? Ja, ne? Okay, Chat, guck mal kurz! Oh, yeah! Ey, das wird mir wirklich nicht klappen! Wird nicht klappen? Ich will einmal Zuschauer freuen! Ey, seid mal ehrlich! 1A mit Sahne? 10 von 10! Sei ehrlich? Hammer, ne? Ja! Was sagt ihr? 100 von 10! Geil, ne? Ihr probiert das gleich, guck mal! 10 von 10! Und jetzt mach mal das in den Ofen rein, ne? Ja, wenn du das schaffst! Was hast du gemacht? Ist das falsch? Wie packt man was? Was soll ich denn machen? Ah, das ist falsch! Wie soll ich das denn wegkriegen? Warte, ich hab ne Idee! Warte, ich hab ne Idee! Ich mach das mit dieser Sache! Nein, nein, nein! Du schaffst! Du schaffst! Wer seine Fax macht, Bruder, bin ich ja ein Profi-Kopf, Bruder! Guck jetzt, ich zeig euch das! Chef! Guck, der ist für dich! Also in dem Land wird eigentlich hygienisch gearbeitet, ne? Jordan ist ein bisschen unhygienisch! Warte, drei! So, runter, ne? Drei! Zwei! Oh mein Gott! Jawoll, Junge! Ich hab den doch! Geh mal kurz, ja? Oh mein Gott! Chef, Chef, Chef! Jawoll, jawoll, ey! Schöcher, mach auf, mach auf! Mach auf, mach auf! Doch! Fuck, Mann! Mach rein, mach rein! Was machst du da? Er macht Dünnen draus! Er macht einen Dünnen draus! Ja, Jungs, ja! Ich hab doch fast mal Pizza gemacht, ja! Er macht gewüllte Pizza für mich! Das ist eine schöne gewüllte Pizza für mich! Das ist Kalzone, Bruder! Ja, achso! Wie ist meine Pizza? Wie ist meine Pizza? Wie ist meine Pizza? Ich muss auch nicht essen! Noch nicht essen, chill! 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 Oh, fuck! Chill, chill, John! Warte doch mal, ja! Du hast ein Ding in deiner Hand, Bruder! Ey, meine Pizza! Ey, der legt das auch noch genau... Wie kostet der Ofen? John, zahlt das! Ey, die hat... Oh mein Gott! Die hat sich wieder aufgeklappt! Ich schwöre! Ey, sorry, das war nicht unsere Absicht, ja! Chat, dafür müsst ihr alle zu Kebapspot kommen und alle einen Döner essen für 10 Euro! Ich mach ein bisschen Werbung für Kebapspot! Komm, wir machen mal Werbung für Kebapspot! Ihr chillt hier rum nur! Kommt! Entschuldigung! Der Kebapspot, da gibt's heute Döner, 99 Cent! Wollen sie mal reinkommen? Nein, wollen nicht! Würde ich auch nicht kommen! Oma Resi! Oma Resi! Oma Resi! BVB ist auch hier! Ey, dürfen wir da rein? BVB ist auch hier, Chat! Oma Resi! Oma Resi! Oma Resi! Oma Resi! Oma Resi! Die Pizza ist im Ofen! Entschuldigung! Der Kebapspot heute hier, 99 Cent ein Döner! Soll ich Ihnen einen Döner machen? Alles klar! Hätte ich auch nicht gegessen! Ey, Pistabruder, ich will nicht verbrannt, ja! Es fährt sich schon? Ja, guck mal, wie die aussieht! Wo ist die? Wo ist meine Pizza? Ja, wir nehmen den aufs Teller, die Leute sollen probieren's! Tschüss, guck mal, der Ofen! Aber das kriegt man weg, oder? Okay, Jungs, guck mal! Wir haben Scheiße gebaut, jeder muss jetzt einmal 5 Euro geben, ja? Das nein! Wie nein? Ey, warte mal, schmeckt der Döner sehr ehrlich, ohne Lügen! Ja, dann 5 Euro! Das klingt ja krass! Ich will irgendein Duell machen, wer was besser macht! Teller waschen! Toll! Wollt ihr Zwiebel schneiden? Ja! Zwiebel schneiden! Boah, Zwiebel schneiden hat er mir gezeigt! Bruder, damals habe ich Zwiebel richtig gut gestochen! John kriegt Wasser! Was macht ihr jetzt eigentlich? Nein, ich werde dich nicht reintun! Ich rein, ich rieche! Ich reintun! Schild, schreib mal in die Kommentare, könnten wir beide auch einen Dönerladen aufmachen, Der wird verbrennt, Bruder. Schöner Bruder gegen an John. Pizza? Pizza haben beide verloren, eindeutig. Also von der Form her war bei Johns besser. Johns? Äh, äh. Sehr gut. Okay, ich hab eine Frage. Von der Form her. Immer die Schale entfernen, weißt du? Oder isst du mit Schale? Ich isse auch mit Schale. John, du? Ja, mit Schale. Ja? Okay, Chad, guck mal was ich jetzt mache. Ich schneide beide. Am besten so dünn wie wirklich, ne? Ich würde dir mal empfehlen, die Finger so zu haben. Dann schneidest du sie mit links. Genau. Chad, ich war übrigens zwei Jahre Koch. Zwei Jahre Koch. Ich zeig euch gleich, wie mein Zwiebel schmollt. Ich dachte, guck mal jetzt. Ja, ist gut. Okay, jetzt lass mal den Zwiebelschneider dran. So, jetzt ist Jordan dran. Warte mal, warte mal. Ja, zeig dir mal, genau. Oh, scheiße. Sorry. Tut mir leid, ja. Also auch für den, weil der scheiße ist. Ich hab eben gesagt, also auch vernünftig machen. Tut mir leid, ja. Chad, hört ihr den Klang? Guck jetzt. Erstmal fängt man an, so. Damit man sich nicht in die Finger schneidet. Immer so. Ich war ehrlich, Koch. Erstmal macht man jetzt hier, schneide ich das schon mal ab, macht das weg. Warum, sag ich euch auch erst mal nicht. Und dann muss ich hier dünne Zwiebeln schneiden. Boah, das riecht so verbrannt hier, ne? Ich muss die Nüsse auch noch in den Roter, ja. Wollt ihr noch nicht? Hä? Bitte mal laufen. Ach so. Weiß nicht. Ey, was haben wir gemacht mit drinnen? Der ganze Laden ist voll hart auf die Tür. Warte. Jetzt, jetzt, jetzt kommt der Geheimrezept. Jetzt kommt der. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der so. Der so. Der so. Das soll auf dem Dünner und keine Polonaise werden. Ach so, für Dür... Bruder, das hättest du mir doch sagen müssen, dann hätte ich das so geschnitten wie... Daddy! Gerade. Zeig mal, hier. Wie ungeilsmäßig ist das denn, Bruder? Ah fuck, ja. Wir haben seinen ganzen Laden auseinander getrunken. Alles ist voll hart. Weißt du, was er gemacht hat? Der hat gerade drei Flaschen... Ich schwörig war das nicht. Er hat seine Wasserflaschen geöffnet in den Kühlschrank reingetan. Okay, ich hab noch eine Idee. Wir machen jetzt noch, kann man Chai machen, wer den besseren Chai macht. Dann sind wir fertig. Kassi, man ist schon fertig. Ja, aber mit Zucker, das muss man abmessen. Zu einem gesunden Döner gehört nicht gesunder Chai. Man macht ein Dreiviertel. Schmeckt nicht. Ein Drittel. Zack. Zack. Ein Zucker, zwei Zucker, drei Zucker. 400. 400? Ja. Zwei Stück. So, wer wird Chai? Ich. Das ist heiß, das ist heiß. Ja, ist heiß. Was machst du da? Hey, wie vor viel ist auf die 1? Besser. Ey, John, wie bist du da? John, wie bist du da? Also die Kunden sind aber alle zufrieden, ne? Beim Kundenservice ist ja auch wichtig. Bist du zufrieden? Ehrlich? Wirklich? Weißt du, was wir machen, John? Ich hab nur ne Frage, ne? Wart's mal, komm mal. Ich weiß nicht mal kurz mit dem reden. Ich weiß nicht mal kurz mit dem reden. Ich weiß nicht, was der gemacht hat, aber das irgendwie... Der war das, Bruder. Ich hab euch gesagt, Jungs, ja? Der? Ja. Ich schwöre dem... Ey, Bruder! Sag mal ehrlich, war der das nicht? Der war das doch, ne? Der war das doch, ne? Warum lügst du, Junge? Ich schwöre... Ey, Jungs, wenn ihr nächstes Mal trinkt, dann trinkt das bitte aus und stellt das nicht in den Kühlschrank, okay? Okay, alles gut. Jungs, jetzt nehmt eure Flaschen wieder. Sehr gut, so. Du hast auch. Bruder, nächstes Mal austrinken, ja? Bruder, sonst könnt ihr hier nicht mal reinkommen. Sag ich euch ehrlich. Trink ruhig aus. Trink aus, Bruder. Stark. Gleich, Jungs, sehr langsam. Ey, habt ihr Bock, dass ihr noch andere Läder habt? Hast du noch andere Läder? Egal, egal. Das ist gar nichts für mich. Okay, ich hab eine Frage jetzt. Was glaubst du, wer macht den besseren Döner? Sammy oder Jordan? Sammy. Ja! Okay, los! Okay, du kriegst das Hausverbot. Was? Von mir oder von Sammy? Von mir. Ja! I love you! Kommt! Okay, das war's. Ich geb euch einen Tipp, ne? War so, das müssen wir alle zahlen, dass alle schnell wegrennen. Kommt, kommt! Kommt! Vertraut mir! Ey, Freunde! Ich hoffe, das Video gefällt euch, Freunde. Wir sehen uns heute Abend um 20 Uhr, ja? Heute Abend um 20 Uhr sind wir live auf YouTube. Sammy! Okay, geil! Renn, renn, renn!